Musik Wenn man nur darauf zu, in die Hände klatschen sollen die strömen, es brause das Meer, seine Fülle, die ganze Natur ist in Aufruhr vor Freude, kann sich überhaupt nicht beherrschen, kann gar nicht an sich halten, vor dem Herrn, denn er kommt. Das ist das große Stichwort, weshalb wir direkt sagen können, aha, das ist ja eigentlich schon mal ein total adventliches Motiv, das Kommen Gottes. Aber es ist natürlich nicht nur ein adventliches Motiv im Blick auf Weihnachten, sondern es ist immer ein eschatologisches Motiv, das heißt, jetzt ist gerade Weihnachten vorbei, da kann man nicht sagen, da ist es ja mit dem Kommen Gottes, es ist erledigt, ja, jetzt haben wir erstmal Ruhe. Christen haben eigentlich nie Ruhe, weil wir immer in dieser Bewegung leben. Der Advent erinnert uns nur daran, wenn er richtig begangen wird. Christen sind immer in Aufbruchsstimmung, haben eigentlich immer, obwohl wir gar kein Gepäck brauchen sozusagen, aber innerlich den Stock parat oder, um zu sagen, so, jetzt geht's los, auf. Oh, das ist eine unruhige Religion. Die Exegeten sagen natürlich, ach ja, das hängt mit dieser alten Nomadengeschichte zusammen, ja, dass das eigentlich eine Nomaden wird. Und, ja, da ist etwas Wahres dran, aber sie vergessen dann zu sagen, dass wir bis heute Nomaden sind. Wir können das durchziehen, ja, es gibt eine schöne alte Oration aus der Osternacht, die heißt, Gott, du bist ein Gott des Aufbruchs. Wir sagen heute, wir denken heute, katholisch, oh, da ist man irgendwie so niedergelassen, ausgebreitet, ja, so auf so einem Sofa quer, ja, so, das haben wir so als innere Vorstellung unter katholisch. Aber selbst der Name, ein bisschen ist das in unsere Synode eingeflossen, die wir in unserem Bistum haben und jetzt ertragen müssen. Das ist ein richtiger Gedanke, ich bin nur nicht sicher, ob die Konsequenzen daraus richtig gezogen wurden. Dass man betont, auch die Pfarrei, der Name, Paroikia aus dem Griechischen, heißt natürlich wirklich, das sind die, die hier fremd unter uns wohnen. Das heißt, die Pfarrei markiert das Gebiet, wo die Fremden hier leben, die jeden Tag aufbrechen können. Das meint Pfarrei. Das bezeichnet Christen. Heute ist für uns, das hat sich genau umgedreht, ja, die Pfarrei ist sozusagen genau das, ja, das fest markiert, was unbeweglich ist, ja. Deshalb gibt es jetzt so einen großen Aufschrei. Ich finde nur, man sollte das jetzt nicht ideologisch benutzen, um jetzt sozusagen irgendeine Planwirtschaft hier einzuführen. Das ist, das steht nochmal auf einem anderen Blatt. Ob man dafür jetzt das Neue Testament bemühen soll, da wäre ich sehr vorsichtig, ja. Aber trotzdem, was daran richtig bleibt, es fordert uns immer eine gewisse Beweglichkeit ab, weil es um das Kommen Gottes geht, das bevorsteht. Das wir nicht hinter uns haben. Durch Weihnachten, wenn wir das darauf beziehen, wissen wir, wer derjenige ist, der da kommt. Aber sein endgültiges Kommen, dass die ganze Welt, wie das hier im Psalm angedeutet wird, umgestaltet wird auf Gottes Gegenwart. Wir haben es gestern noch im Evangelium gehört. Der Beginn der Verkündigung Jesu im Markus-Evangelium ist, kehrt um, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Das ist ein Ruf hinein in diese Veränderungen, die dieser Psalm hier zum Inhalt hat. Also, dieser Psalm-Überschuss lädt natürlich dazu ein, wenn vom Kommen Gottes die Rede ist, wenn das Judentum eine Erwartung für eine Erlösergestalt, was wir dann Messias-Erwartung nennen, entwickelt im Lauf der Jahrhunderte. Das war ja nicht von Anfang an da. Also, die Erwartung eines Messias gibt es nicht von der ersten Stunde des Judentums an, sondern es entwickelt sich erst, dass man merkt, vor allen Dingen Jesaja, deshalb lesen wir den so stark auch im Advent, da ist doch von etwas die Rede, das kann nicht erledigt sein. Und leider sind wir jetzt wieder dabei, das einzuschließen auf die Vergangenheit. Die neue Einheitsübersetzung sagt uns zum Beispiel bei der berühmten Stelle von Jesaja, siehe, die Jungfrau, so hieß es bis jetzt, wird empfangen und einen Sohn gebären, das gibt der Text her, das hat diese prophetische Spur, sagt die jetzige Einheitsübersetzung, siehe, die Jungfrau hat empfangen. Also, es geht darum, dass irgendeine Nebenfrau vom Ahaz jetzt da schwanger ist und die kriegt auch noch ein Kind, obwohl Krieg ist. Ja, das interessiert uns heute nicht mehr so. Das andere ist ein Signal und es war immer ein Signal. Und das nicht nur für Christen, seitdem es das Christentum gibt und die die Heilige Schrift nochmal mit neuen Augen lesen, nach dem Kommen und der Verkündigung Jesu, seinem Tod und seiner Auferstehung, sondern auch für Juden schon. Und das vergisst man oft. Dieses Zitat, von was ich heute zufällig las, gestern wurde da in Rom die Festschrift für Gerhard Müller, Kardinal, frühen Glaubensperfekten, vorgestellt. Der ist ja am Silvester oder am Tag vorher, glaube ich, 70 geworden und gestern war die äußere Feier. Und zu dieser Festschrift hat Papst Benedikt ein Vorwort geschrieben und hat einen kleinen Schlenker gemacht, auch noch zur Liturgiereform. Da hat er sich ja schon mehrfach kritisch eingelassen und ich finde vollkommen zu Recht. Und da schreibt er, vielleicht wäre manches anders gekommen, wenn man sich nicht auf die reine und pure Gelehrsamkeit beschränkt hätte, sondern neben dieser Gelehrsamkeit auch eine Weisheit gehabt hätte. Und das ist sicher wahr. Also man kann das nachlesen. Ich habe im Moment das Buch immer am Schreibtisch stehen und lese bei allen möglichen Festen und sowas nach, wie die damals in den Kommissionen abgestimmt und entschieden haben. Ich meine, manches davon ist dann gar nicht umgesetzt worden, sonst würden uns heute endlich die Haare zugegeben. Aber manches ist einfach nur rein positivistisch gemacht worden. Ja, aber in der Vergangenheit war das so und das muss jetzt restauriert werden und so. Also ohne Rücksicht auf, und manchmal haben uns dann manche Feste oder manche Umstände wurden von den Ostkirchen dann gerettet. Und sagt, ja, sag mal, die Kirche im Dorf, ja, also die ganzen Ostkirchen feiern das und die kommt jetzt hier und sagt, oh, das gibt es keine Tradition, also inklusive der Heiligen. Was heißt das denn schon, wenn ich sagen kann, der heilige Christophorus, von dem wissen wir eigentlich nichts. Da gibt es viele Legenden. Es gibt eine sehr belastbare Legende. Aber das eigentlich, was wir historisch jetzt rein unter wissenschaftlichen Kriterien wissen, ist, dass es sehr früh im vierten Jahrhundert eine Kirche gegeben hat in kleinen Asien, die ihm geweiht war. Also fliegt er aus dem Heiligenkalender raus. Jetzt muss man sich mal vorstellen, fast jeder Mensch hat den damals in den 60er Jahren noch im Auto gehabt. Auch heute noch vielfach, das ist ja wieder so eine Wiederbelebung. Und die in Rom sitzende Kommission, die sagen, der muss weg. Ja, da gab es ja nur eine Kirche von, die dem geweiht ist. Also das ist ein kleines Beispiel für das, wovon ich ausgehe, was Bendiger XVI. mit dieser Weisheit meint. Die konnten sich natürlich in ihren Kommissionen nicht vorstellen, dass der katholische Glaube dermaßen kollabiert in den kommenden 50 Jahren, wie wir das heute erleben. Uns fliegen dann nur noch die Trümmer um die Ohren. Und das ist dem nicht nur dem heiligen Christophorus so gegangen, das ist unserem guten Patron, dem heiligen Nikolaus, genauso gegangen. Und wurde gesagt, das ist alles nur Legende. Der weltweit im Ost wie im West eine Verehrung genießt, den jedes Kind kennt, die gelehrten Herren sitzen zusammen und sagen, das ist alles nur Legende, das muss weg. Das können wir nicht jetzt in den heiligen Jahren. Da haben die wirklich Wochen, Jahre darüber diskutiert, was mit dem heiligen Nikolaus zu geschehen hat. Ich will mir nicht vorstellen, wie diese Herren in diese Gesellschaft vom heiligen Nikolaus kommen, was der denen erzählt. Alle diese Stichworte, die wir hier im Psalm verorten, ich habe die ja nochmal hier aufgezählt, also die Entwicklungsbewegung, Gott handelt an Israel, aber durch Israel ein exemplarisches Handeln für alle Völker, für alle Menschen und für die ganze Schöpfung. Dass es etwas zu tun hat mit der Intronisation, dass Gott König ist. Diese verhängnisvolle Geschichte haben wir jetzt gerade gehört, wie die irgendwann ankommen und sagen, wir wollen nicht so sein, irgendwas Besonderes. Wir wollen so sein wie unsere Nachbarn. Wir wollen hier einen König haben und nicht irgendeinen komischen Gott, wo wir noch nicht mal einen richtigen Namen von haben, sondern da muss ein Typ sitzen, der ist schön angezogen, der muss groß sein, der muss schön sein, der muss es zu sagen haben, der muss ein Krönchen am Kopf haben, sonst passt das hier nicht, das geht hier nicht. Haben die anderen alle auch, das ist schön. Das sehen Sie ja bei uns auch. Wenn Sie jetzt eine Volksabstimmung machen, ob Sie lieber so eine alte Tante wie Queen Elisabeth auf dem Stühlchen sitzen haben oder so einen formlosen Steinmeier, ja, da wissen Sie auch, wofür Sie sich entscheiden. Die macht natürlich mehr her, allein wenn die mit ihrer Kutsche kommt oder in Westminster, Abby irgendwie so, das ist natürlich schon ein anderer Eindruck. So, kann man menschlich verstehen. Aber in Israel ist das Problem, dass es ein Misstrauensantrag gegen Gott ist. So wie die Psalmen hier alle sagen, Gott ist König. Und es kann niemand anderer König sein. Und das ist das ganze Drama, das sich da abspielt. Zuerst bei Saul, der dann verworfen wird, aber auch bei David, der natürlich auch irgendwann seine entsprechenden Königsalüren hat. Er kann sich alles nehmen, was er will. Er kann machen, was er will. Aber er kriegt immer wieder die Kurve noch. Bei Salomo ist schon Ende mit der Vorstellung. Das ist sozusagen, diese ganze Abfallsgeschichte ist der Beginn eigentlich dieser ganzen Messias-Erwartung. Deshalb hängt das eng miteinander zusammen. Der Thron Gottes, der in Israel aufgerichtet ist, für alle Völker, nicht nur für Israel. und das Exodus-Motiv und wie in all dem Gott handelt. Und all das kann man entfaltet, je nachdem wie man das sagen will, gebündelt oder entfaltet sehen in der Weihnachtsliturgie. Das ist etwas sehr Spannendes. Alle diese Motive tauchen auf. Also das Erste, was uns vielleicht ein bisschen ins Auge springt, ist, dass der Psalm zitiert wird in der Weihnachtsliturgie, wenn wir singen Notum fezi dominus Alleluia. Der Herr hat Grund gemacht, sein Heil. Wir singen das Annoia als Responsorium. Das ist ein direktes Zitat. Wir sehen direkt zitiert aus dem Psalm das Graduale der dritten Weihnacht. Bin ich jetzt richtig? Ich gucke lieber nach, dass ich Ihnen keinen Quatsch erzähle. Ich meine, das ist das Graduale. Also das, was wir in der Liturgie jetzt Antwortpsalm nennen, ist ja eigentlich ein Graduale, wenn man nach diesem immer noch gültigen Buch in unserer Kirche vorgeht. Also da heißt es, alle Enden der Erde schauen das Heil unseres Gottes. Und das Ganze kommt noch einmal in der Communio der dritten Weihnachtsmesse. Aber es ist nicht auf die dritte Weihnachtsmesse beschränkt, sondern die ganze Motivlage, die einzelnen Punkte, die ich eben genannt habe, die die Exegeten in diesem Psalm entdecken, wird seit dem Heiligabend der Vigilmesse entfaltet. Wir haben das zumindest als Antiphonen in den Laudes noch. Heute sollt ihr wissen und morgen werdet ihr sehen, dass der Herr kommt. Das ist ein Zitat aus der Heiligen Schrift, dass die Kirche in der Vigilmesse, also am Heiligabend, nicht in der Heiligen Nacht, das ist die erste Weihnachtsmesse, sondern es gibt auch ein eigenes Messformular für den Heiligen Abend, ist die Kirche da zitiert. Das ist ein Zitat aus dem Buch Exodus. Wie sich die Israeliten auf das Geschenk des Manna in der Wüste vorbereiten sollen. Das zitiert die Kirche am Vortag von Weihnachten. Das ist eine spannende Geschichte. Sie sagen, mein Gott, haben sie denn das? Also wenn wir sowas aussuchen müssten, so wie wenn wir unsere Lieder aussuchen im Gotteslob und sagen, dann muss doch, wir sagen euch an den lieben Advent oder irgendwie so und dann eine Kerze brennt oder irgendwas oder Klingelingeling, Schneeflöckchen, Weißräuchchen, irgendwas muss daher, was ein bisschen passend ist, was Stimmung macht. Das ist nicht, das ist nicht, so wächst Liturgie nicht. Die Liturgie ist ein sehr feines Gewebe, wo man den Sinn und den Sinnüberschuss gerade der Psalme oder der gesamten Heiligen Schrift entfaltet. Und man nimmt sozusagen aus dem Exodusgeschehen diese schöne Stelle, heute sollt ihr wissen, dass der Herr kommt und morgen werdet ihr seine Herrlichkeit sehen. Wie passend. Also es ist das Exodusmotiv hier, das hier anklingt und es ist schon das wichtige Stichwort, das für Weihnachten ja überhaupt das Stichwort ist, das uns der Psalm aber vorgibt. Schauen. Sehen. Man müsste jetzt nochmal, das fühlt uns heute Abend zu weit, die ganzen klassischen Weihnachtslieder, auch die Volkslieder, durchschauen auf das Sehen hin. Das ist immer. Transe Amos Uskwe Bethlehem. Lasst uns nach Bethlehem ziehen und sehen, was geschehen ist. Der Herr hat kundgemacht, sein Heil, sein gnädiges Wald enthüllt vor den Augen der Völker. Alle Enden der Erde sehen, schauen das Heil unseres Gottes. Alle diese volkstümlichen Weisen sind im Grunde genommen Entfaltung. Wir haben natürlich heute ein, das muss man gleich in Klammern dazu sagen, das Problem, dass niemand von uns mehr die gültige Liturgie der Kirche, wie die Kirche sie selber festgelegt hat, mehr erlebt. Ich habe die Tage mit einem orthodoxen Mönch gesprochen, einem Archimandritten, ein sehr gelehrter Mann, der mir dann irgendwann, wir haben über viele Probleme und über Ost und West und sowas gesprochen, hat gesagt, es ist eigentlich eine, eigentlich ist es eine Schande, es ist eine Katastrophe, dass die lateinische Kultur zusammenbricht, also die Liturgiekultur, und ich meinte dann doch anfügen zu müssen, sie bricht nicht zusammen, sie ist zusammengebrochen. Es gibt sie nicht mehr. Es gibt sie nicht mehr. Es gibt diese lateinische Kultur nicht mehr. Denn selbst in den Klöstern, also wenn wir an große Abteien, die es ja inzwischen auch de facto nicht mehr gibt, wir sind ja froh, dass sie irgendwie an der Herz-Lungen-Maschine hängen, zumindest hierzulande, auch da gibt es ja kaum noch reguläre Liturgie. Also wo findet das, was hier im Graduale Romanum, das ist ein Buch der Kirche, auch nach dem Zweiten Vatikanum, neu approbiert, das ist schon ein erster Punkt, das stimmt nicht mehr mit dem Messbuch überein. Die Kirche approbiert zwei Bücher, die sich widersprechen, das ist schon der erste Punkt, der eigentlich, der schon, schon eigentlich seinesgleichen sucht. Und bei uns in Deutschland ist es nochmal insofern verschärfter, als wir hauptsächlich auch angeregt durch die Reformation ein eigenes Lied gut entwickelt haben, das dadurch Eingang in den Gottesdienst gefunden hat, das aber auf einer anderen Ebene liegt als die Liturgie. Also in anderen Ländern, das hat in anderen Ländern jetzt auch Eingang gefunden, weil die haben jetzt da herumgetextet und herumkomponiert, aber die hatten bislang eigentlich, wie das eigentlich bei uns auch war, weitgehend bis zum Konzil gab es in jeder größeren Stadtgemeinde noch eine Skola, die sonntags das, also wie das, du hast das mal erzählt, dass das in Thola, die machen das ja ähnlich, die sonntags zumindest die reguläre Liturgie singen, wie sie im Buch vorgesehen ist, auch mit den entsprechenden Texten. Oder wenn man in die Tallinie, in die großen Basiliken geht, die haben sollte, da gibt die Bischofskonferenz solche Zettel heraus, das ist zwar jetzt nicht ästhetisch besonders befriedigend, weil die nichts singen. Also sie können sonntags in Johannes im Lateran ins Hochamt gehen und haben so einen Text, da steht eine Lektorin vor und du liest den Indroitus vor. Währenddessen stolpern drei Kardinelle da rein. Also, und dann wird der Angelis rauf und runter gesungen. Also das muss man nicht schön finden, aber zumindest sind es die regulären Texte. Wir kennen die de facto überhaupt nicht mehr. Ja, ja, also es gibt ja durchaus noch Klöster, aber die Frage ist, welche Ausstrahlung die haben, sodass es ein Bewusstsein dem Volk Gottes gibt. Also wenn das letzte Konzil sich zur Aufgabe gemacht hat, dass genau das, was die Liturgie der Kirche ist, dem Volk Gottes zu erschließen, dann ist das, muss man sagen, das ist bei uns einfach eine Fehlzündung. Das hat nicht stattgefunden. Wir singen Weihnachten, alles Mögliche. Interessant ist, also, wenn man die alten Papstliturgien anschaut, was der Papst da an Weihnachten gemacht hat, ja, mit den verschiedenen Weihnachtsmessen, die fanden ja überall woanders statt. Die erste Papstmesse fand in der Kryppe da unten, weil da die Krippe aufbewahrt wird, in der Reliquia in Santa Maria Maggiore statt. Es ist winzig da unten dieser Platz. Das war die erste Weihnachtsmesse in der Nacht. Die zweite Weihnachtsmesse fand statt für alle in Santa Anastasia, in einer griechischen Kirche, wo alle die armenischen Mönche, die griechischen Mönche, die es damals in Rom gab, die dort gelebt haben, die haben an der Papstliturgie teilgenommen. Das war die zweite Weihnachtsmesse. Und es gibt interessanterweise Textbeziehungen zwischen den ostkirchlichen österlichen Offizien und das, was dann in die zweite Weihnachtsmesse reingewandert ist. Sehr spannend. Und die dritte Weihnachtsmesse war dann entweder in St. Peter oder in Maria Maggiore später, weil es dann politisch da Schwierigkeiten gab. Da haben sie mal versucht, einen Papst zu verprügeln unterwegs. Wenn er da in Prozessionen hingezogen ist, da war das zu weit, dann ist er gleich in Maria Maggiore geblieben. Aber zu dem Hauptbesatz, und das ist sehr, das ist sehr interessant, was man da, was man da singt. Und welche, und immer kreist das um diese Motivlage, die wir eben aus dem Psalm 98 genommen haben. Die Mitternachtsmesse, wir haben eben gesehen, in der Vigilmesse das Exodus-Motiv ganz stark. Und das Schauen. In der ersten Weihnachtsmesse ist das hauptsächlich Psalm 2 und Psalm 110, die wir schon als ausgesprochen messianische Psalmen auch hier behandelt haben. Ich habe dich gezeugt nach vor dem Morgenstern. Das ist ganz auf die Intronisation. Also dieses Kind, das da geboren wird in Bethlehem, damit setzt Gott sich selber als König auf den Thron Israels. Und nicht beschränkt auf Israel, sondern für alle Völker. Das ist ja ein ganz starker Intronisationsritus, der gerade im Psalm wie im Psalm 110 Setze dich zu meiner Rechten. In der Sonntagsfespa haben wir das immer. Das sind die Psalmenworte, die in der Mitternachtsmesse. Wo hören wir das in der Mitternachtsmesse? Wir singen schöne Lieder. Es ist interessant, der Papst hat nach der dritten Weihnachtsmesse hat man sich in diesem, waren Sie schon mal in Rom, viele werden schon mal dort gewesen sein, dann kennen Sie vielleicht diese, wo man die heilige Treppe da rauf rutscht. Da ist ja merkwürdigerweise außen, wenn man davor steht, wenn man aus dem Lateran rauskommt, so eine Absis mit einem sehr schönen Mosaik. Das ist das ursprüngliche Speisesaal des Papstes. Der ging also über die Straße und über den Platz. Da gibt es nicht mehr. Da gibt es nur noch die Absis. In diesem Speisesaal hat man sich getroffen und da hat der Papst ein großes Essen gegeben für alle. Also nicht für alle Leute natürlich, aber für dieses ganze Gesindel, was sich da bis heute auch im Vatikan jetzt heutzutage herumtreibt. Und hat denen dann, die haben dann gesungen. Und zwar auch in Italien gibt es eine große Tradition von Weihnachtsliedern, die hat man nicht in der Liturgie gesungen, sondern anlässlich bei diesem großen päpstlichen Mal.